Und weh, du kommst irgendwo anders rein. Ich hab Apfel in der anderen Seite. Ich mach dich, Vitamin A oder C oder was ist in einem Apfel drin? Was ist denn das jetzt für ein Ending? Ähm, ich hab grad der Fernseher auch gemacht. Oh, scheiße. Fuck, 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 wo, was? Oh Gott, wie ich grad voll getanzt hab mit der Figur. Ein Fluttertango war das, meine Damen und Herren. Ein Fluttertango, oder? Öh, man kann die gar nicht so greifen. Nein! Hey Kinderz, was geht bei euch ab? Willkommen zu einer weiteren Folge Hello Neighbor. Wir haben letztes Mal nichts geschafft, aber ich hab von euch einige Tipps bekommen, die ich durchführen werde. Tipp 1, nicht den verschissenen Apfel vergessen, der direkt hier am Anfang liegt. Alter, ich bin so behindert, warum schmeiß ich den weg? Ich muss mich auch direkt dafür entschuldigen, dass heute dieses Video auf gar keinen Fall pünktlich kommen wird. Es ist jetzt halb vier. Und ich bin maximal gerade so mit dem Schneiden bis um 17 Uhr fertig. Und mit dem Aufnehmen. Und dann muss ich ja noch rendern und hochladen. Hochladen ist der gemütlichste Job. Und das Rendern eigentlich auch, da muss ich ja nichts machen. Ich hab einfach im Moment, vielleicht sieht man's auch, sieht man meine... Ich hab heute Nacht leider exakt null Minuten geschlafen. Ich hab mich so ein bisschen verhuddelt mit den Prüfungen. Man denkt sich immer, ja gut, so ein Studium kannst du ja auch einfach mal machen, indem du einfach ein paar Tage vor den Prüfungen anfängst zu lernen. Das ganze Semester aufholen und so. Hört immer auf, so eine gruselige Stimmung zu machen, ihr Bäumchen. Guck mal, wie geil das aussieht, sage mal. Das gibt's doch gar nichts. Das ist mir gar nicht aufgefallen letztes Mal. Und habt ihr das gesehen, was da hinten, diese Städte? Und guck mal da, dieses Haus. Alles ist ja schön geworden, egal. Ich muss noch eine Vorprüfung morgen machen, also etwas Unbenotetes. Aber wir haben da eine mündliche Prüfung. Der Professor will uns zeigen, wie das bei ihm so abläuft. Jeder hat Kapitel XY bekommen, um es zu lernen. Und morgen machen wir so eine Testmündliche Prüfung. Es gibt keine Note. Es gibt eigentlich nichts Schlimmes. Aber es ist eine mündliche Prüfung. Ich stehe dann da und sage, ähm, weiß ich nicht. Ich hab Videos gemacht. Ah, wie sieht das aus? Deswegen hab ich heute Nacht schon... Oh mein Gott! Hab ich mich gerade erschreckt? Das hat sich angeht wie ein Schuss. Der Nehmer kommt auf einmal mit einer Schrotfilme und fickt mich, Alter. Er will mich... Hilfe! Ja, jetzt tun wir uns auch noch. Super, alles kommt zusammen. Alles kommt zusammen. Komm, komm, fickt mich doch direkt. Ja, naja, und ich muss doch einiges lernen. Und deswegen komm ich gerade nicht so rum mit meinen Arbeiten. Und auch nicht mit dem Schlaf, leider. Weil mich das... Also nicht, weil ich zu wenig Zeit hab. Aber einfach... Mich nimmt alles dann so mit, dass ich nicht schlafen kann. Ihr habt mir gesagt, in irgendeinem Kistenstapel ist was zu finden. Jetzt hab ich aber keine Taschenlampe. Es ist dunkler als dunkel. Es ist sehr dunkel. Ich gauner, hab mir aber von euch ja Tipps geben lassen. Ich hab eben die Shadows einfach mal nur auf low gestellt. Gott, schon sieht man alles. Alter, das ist ja wie Cheaten. Ich hoffe, das ist jetzt nicht schlimm für euch. So, hier habt ihr gesagt, liegt irgendwas. In irgendeinem Kistenstapel. Liegt ihr... Ist es doch in einem anderen Kistenstapel? Ihr Lüger. Ah, ich hab's schon gesehen. Da hinten liegt's. Alles klar. Vielen Dank für den Tipp. Also, ich hab jetzt eure beiden Tipps eigentlich am Start. Was habt ihr mir noch gesagt? Ich soll den Apfel nehmen. Und ich soll hier nach etwas suchen. Ah, das ist jetzt so ein Magnet-Ding. Alles klar. Ich weiß es. Ihr habt gesagt... Dumbobo. Geh mal rein. Und geh auf irgendeine Lampe drauf. Oben, wo ich nicht rumkam. Da muss ich auf irgendeine Lampe drauf. Und ihr habt gesagt, das ist so lustig, wenn du das machst. Wahrscheinlich verreck ich jetzt. Aber hey. Ach so, da steht dein Stuhl da vorne vor der Tür. Bestimmt, ja. Super, hier ist alles zu. Ja, wir machen das anders. Wir machen das anders. Ich schlag hier mal vorsichtshalber die Scheibe ein. Jetzt müsste er ja gleich kommen. Ich müsste ihn hier sehen. Ja, da kommt... Nein, du hast mich... Nein. Neighbor. Go away, mafucka. Was? Ich für ein krasser... Oh mein Gott. Verpiss dich, Junge. Ey, mit deinem Scheiß doch... Mir zu schmeißen, okay? Du Kauner. Verpiss dich. Ich habe ihn so gut getroffen. Nein, ich bin hier nicht. Aber hast du gewusst, dass ich auch Kleber schmeißen kann? Du Bock? Ja, okay. Es hat sich ausgeklebert, mein Sohn. Die Bäume gehen so krass ab. Ich habe die Musik so laut. Aber wisst ihr was? Hier in dem Raum ist, glaube ich, eine Flashlight. In der... Im Regal. Aber wir haben jetzt ja die Kiste da stehen. Wir können jetzt ganz genüsslich reingehen. Hallo, Neighbor. Bist du hier vielleicht irgendwo? Ach, er hat uns... Neighbor! Nein! Ach, komm. Ich... Oh, du bist echt ein Fuchs. Das ist ein Fuchs. Meine Damen und Herren. Er ist weg. Gehe ich nämlich hier ganz genüsslich rein. Du Lutscher. Und weh, du kommst irgendwo anders rein. Ich habe einen Apfel in der anderen Seite. Ich mache nicht Vitamin A. Oder C. Oder was ist am Apfel drin? Vitamin D? Aha! Was ist ein Pisser? Ich habe noch nicht mal angefangen, irgendwie hier einzubrechen. Und er legt schon Fallen aus. Was passiert, wenn ich den Schalter umlege? Nein! Okay, schnell! Die Spring-Action muss jetzt klappen. Nein, 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 nein. Ha! Ich habe es gemacht. Oh, guck mal. Hier kann man... Oh, wolltest du mich kriegen, ne? Mano. Was ein Dödel? Ja, kack dir doch in die Hose. Ich habe einen Apfel und ich mache hier... Halt! Ich wollte gerade sagen, ich mache jetzt den hier. Aber nein, nein, nein. Dann geht die Scheiße ja auf, ne? Ey, Leute. Wir sind voll gut. Ihr habt jetzt nichts mehr gesagt. Was muss ich jetzt noch machen? Man kann hier irgendwie durchgucken. Genau. Okay, was ist hier vor... Ah, ein Stuhl. Okay, okay. Gut, gut, gut. Was ist... Oh, ein goldener Schlüssel muss hier ran. Okay, sehr schön. Freut mich, freut mich. Was haben wir hier? Eine Tür, die verkehrt rum ist. Der Kerl ist doch... Und da oben ist ein Loch. Der Kerl ist doch... Ah, was war da links? Man konnte links gerade eben so eine Trillisekunde durch die Wand gucken. Habt ihr das gesehen? Halt! Nachbar, nein! Ich bin ja gerade am Klettern. Okay, wie komme ich da hin? Ich muss kurz diesen Sprung üben. Oh Gott, man kann gar nichts. Doch, kann man. Ha! Leute, das wird echt scheiße, da hinzuspringen. Ich gehe jetzt nicht hier rein. Da liegt eine Falle, du Pisser. Hat er gedacht, er kann mich verarschen. Ja, ja. Nicht mit mir, Alter. Ich habe nämlich die Hosen schon heute Morgen angezogen. Und da ist überhaupt nichts drin. Außer dicke, fette Eier natürlich. Richtig riesige, fette Wabbeleier. Ist das jetzt gut, wenn man riesige, fette Wabbeleier hat? Mögen das Frauen? Ich spreche jetzt von unförmigen. Ne, schon von wohlgeformten. Halt deinen Mund fest. Du verpissst dich jetzt mal, Kamera. War die eben auch schon da? Sage mal. Ist der jetzt hierher geflogen? Hat der jetzt hier die Kamera hingepflanzt oder was? Ach komm. Wisst ihr was? Ich sollte hier hinten mal aufmachen. Dann kann ich hier schon mal... Ja, ja, ich weiß. Der Sound. Das ist eine Alarmanlage, ne? Oder so. Öffnen, dass ich hier direkt mich bewegen kann. Gehe hier mal direkt darüber. Da bin ich wenigstens sicher. Vor diesem Hans Wurst. Ey, das ist aber echt easy, der Sprung, ne? Kann man um die Ecke springen überhaupt? Nein, kann man nicht. Guck mal, ich spring gerade und gehe so. Und ich springe einfach gerade. Vielleicht muss ich direkt? Ne. Okay, okay. Vielleicht kriege ich es irgendwie gebacken. Fick dich! Es ist nicht leicht. Aber so eine Flasche Light würde ich vielleicht doch mitnehmen, bevor ich jetzt hier auf weitere Abenteuer gehe. Gut, ich kann eben den Fernseher mit der Ding anmachen, mit der Fernbedienung. Was brauche ich jetzt nicht? Ich glaube, ich brauche alles. Ah, den Kleber brauche ich nicht. Wer weiß, wie weit die Fernbedienung geht. Letztes Mal... Ähm, ich habe gerade den Fernseher auch gemacht. Oh, scheiße. Achtung, jetzt kommt der Trick 17. Hopp, komm, geht doch an. Super. Er kommt direkt gerannt. Wie unfair der jetzt zu mir ist, dass er hier einfach in der Taschenlampe... Ich meine, ein Ding hinhängt. Eine Campe. Verpüß dich oder was? Fuck, fuck, fuck. Was? Oh Gott, wie ich gerade voll getanzt habe mit der Figur. Ein Flattertango war das, meine Damen. Ein Flattertango, oder? Ah, wartet mal. Hier ist auch noch was gewesen, genau. Machen wir auch mal an oder aus. Und da ist auch noch was gewesen, genau. Kann ich hier direkt rein? Nee. Was hat denn der jetzt... Wo ist denn der... Haha, wie hat das... Oh, fuck. Oh, fuck, der rennt los. Shit, ich konnte nichts machen, weil ich jetzt gerade nichts hatte, um... Ich habe diese scheiß Fernbedienung dabei, die brauche ich doch überhaupt nicht. Nee, aber kannst du bitte mal kurz kacken gehen oder so? Nur ein paar Stündchen. Er hat die Fenster wieder repariert. Nee, das glaube ich... Das kaufe ich jetzt nicht ab. Wie soll ich denn jetzt zu dir reinkommen, wenn du die Fenster einfach zumachst? Ja, natürlich. Ja, und da ist auch noch die Falle. Äh, irgendwo ist aber auch mal... Tuck. Dann machen wir das ganz anders. Achtung. Bam, schakalaka, boom. Nein, ich spreche jetzt ein, Alter. Verpiss dich von meinem Haus. Du blöder Mann. Meine Schwester hat mal zu unserem Arzt, zu unserem Hausarzt damals, als sie noch ganz klein war und eine Spritze bekommen hat, hat sie zu ihm du blöder Mann gesagt. Das ist bei uns so ein Insider, so ein familiärer Insider. Du blöder Mann. Nur halt nicht mit dem Akzent. Wie springt man um eine Ecke? Die Schwierigkeit liegt im Sprung um die Ecke. Ich springe aber auch immer gegen die Kante. Neighbor, geh bitte weg, okay? Ich bin hier, ich wohne hier. Ich wohne hier schon in dem Haus. Alter, erbrecht sich da durch. Nein, mein Name ist MC. MC, you can't hit me. Hast du gedacht, du kriegst mich irgendwie, doch du stackst da unten. Hast du ein kleines... Ich glaube, wir haben ihn endlich mal zum... Stacken ge... Scheiße, ich sehe ihn nicht mehr. Oh Gott. If you can't see him, but he can't see you. He's gonna fuck you in the ass. Ich will das kurz mal testen. Aha, geht ja super. Wahrscheinlich, weil ich den Switch ausgeschaltet habe, ne? Egal. Kann ich jetzt bitte hier rüberkommen? Bitte? Was ist das? So, ich mache den Switch wieder an. Ne, der stack... Der stack... Ich wäre fast in ihn reingefallen, wegen dieser saublöden Kamera. Kinder, wie jumpt man denn um eine Ecke? Wichtig, das haben sich schon viele Parcours-Menschen gefragt. Johannes, wie springst du immer um die Ecke? Fuck! Viele Parcours-Menschen heißen Johannes. Die Zeit vergeht. Ich muss doch lernen. Der Neighbor steht zwischen den Sternen. Früher hat man Sessel oft Sterne genannt, deswegen hat das völlig... Ich sollte mir, bevor ich jetzt hier wieder rumpimmel... Nein! Okay, wie kommt man hier wieder raus? Man kann sich tatsächlich einfach rausbacken. Okay, nice, nice. Ich sollte mir tatsächlich hier mal den Weg freimachen, damit ich so einen Zusatzeingang habe. Alter, wie sie mich lieb hat, Gras. Madame, ich kann es verstehen. Ich kann es verstehen, aber... Beruhigen Sie sich doch bitte mal. Die denkt sich halt, ach... Der dumme Ablauch! Gott, ach Gott, nee, mein Höschen wird ganz... Also, ich kann euch eins sagen, Leute. Diese Springerei ist wirklich a pain in the ease. Okay. Sprungversuch! Oh! Ba, 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 ba. Und jetzt spring ich runter. Okay, 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 okay. Was habe ich jetzt davon? Das ist doch der Appel. Wie kann ich das kaputt schlagen, oder was? Ah. Ah, warte, da gehe ich mir, oh, ma, da der Putsi-Put. Kann ich das auch so rausholen? Oh, man kann die gar nicht so greifen. Nein! Ich hab ihn, ich hab ihn, ich hab ihn. Wisst ihr noch, bei der letzten Alpha ist mir das auch passiert. Und da war er weg, der Schlüssel. Nach jahrelanger Arbeit war er weg. Und jetzt passt auf, jetzt bin ich aber so on point, dass ich das easy mache. Fuck. Hallo Kinderzimmer. Hallo Tanzende Frau. Hallo Neighbor. Er hat den Namen vom Spiel gesagt. Ja! Geh weg, du Schloss. Oh, noch eine Tänzerin. Dan, dan, da, da, dan, dan, da. Die will gar nicht tanzen. Was hab ich jetzt bitteschön von dieser Scheiße hier? Ah, da ist das Loch. Gut, gut, da ist das Loch, da ist das Loch. Was ist das hier? Okay. Ey, das ist ja sauschnell. Ich hab's gar nicht gedrückt. Ah, jetzt. Das ist eindeutig zu schnell. Oh shit, ich hab den Fernseher kaputt gemacht. Jetzt rastet er total aus. Wir gehen jetzt mal hier runter. Wir werden da bestimmt einen Weg rausfinden, oder? Ja, doch. Oh Gott, wo sind wir denn jetzt? Oh, äh, gön. Äh, 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 warte. Na, 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 na. Oh, das geht nicht. Schade, schade. Was haben wir denn hier? Oh, Leute, die Keycard. Was lege ich weg? Ich lege jetzt den Schlüssel hier hin. Ich hoffe, den brauchen wir nicht mehr. Damit haben wir jetzt die Tür aufgeschlossen. Jetzt bin ich echt gespannt, wo wir... Achso, ich lege den Apfel mal kurz weg, aber ich nehme ihn dann wieder. Wo sind wir denn jetzt? Ah, hier im Gang. Und wo bekomme ich den verschissenen? Goldene Schlüssel her? Und warum tanzt da draußen jemand? Warum ist hier noch eine Tür verschlossen? Hä? Hab ich nicht gesehen eben? Bin ich behindert? Oh. Oh. Ja, geil, wo sind wir denn? Ja, wo sind wir denn hier? Okay, warte mal. Lass uns ja doch mal durchgucken. Da oben rechts müsste die Waffe... Ja, da oben hängt die Waffe. Okay, gut, gut, gut. Ich weiß wieder ungefähr, wo wir sind. Was haben wir hier? Da kommen wir runter in den Scheißraum. Da will ich nicht rein. Ich will hier raus. Äpfelchen, tu deine Arbeit. Was? Scheiße. Hab ich irgendwas, damit ich... Oh, Mann. Jetzt hab ich den... Weh, wir brauchen den Apfel für irgendwas. Dann raste ich total aus. Ah, die Leiter. Wo warst du? Also, sie brach die Leiter zum Himmel. Wie? Du kommst da nicht hoch. Du laberst mich doch gerade voll. Ja? Wer ist der Beste im ganzen Land? Der Nikolaus. Leute, wo bin ich denn jetzt? Was hab ich denn jetzt gerade? Bin ich gut oder bin ich gut? Was haben wir denn? Hintet, komm mal her. Schick den an. Super. Okay, 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 okay. Ich kann auf die Schiene springen, oder? Wie weit kann ich denn mal springen? Kurz mal ausbaldobern. Ihr wisst ja, ich und springen, ne? Das ist ja so wie Vögel und irgendwas, was Vögel gar nicht können. Okay. Zum Glück fährt die Bahn gerade nicht. Jetzt kommt so... Ja super, jetzt zu. Aber kann ich da... Rutschig vom Dach, wenn ich drauf springen? Ha! Oh, das hab ich jetzt super hinbekommen. Bäh, 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 bäh! Uuuuh! Ich bin so gut. Was bringt uns jetzt diese... Ah! Guck mal da! Ey, Leute, wisst ihr was? Wartet mal. Wie war die Tür nochmal gesichert? Nur mit diesen zwei Sachen. Mit dem Code, mit der Keycard und... Ich glaub, wir können jetzt raus, ne? Ohne Witz jetzt. Ich leg mal kurz das Ding ab. Ist hier irgendwas versteckt? Wofür hab ich denn diesen verschissenen Apfel gebraucht? Wischte sagten mir alle so, hey, Dumbobler, hör mal zu. Und ich so, okay, ja, ich hör zu. Apfel. Und ich, ja, der Apfel, okay. Ne Quatsch, Leute, vielen Dank für eure Hilfe, gell? Und euch, finde ich, das sind gepackt hier, den Jumbers. Oh Gott, gibt's hier Fallschaden? Ach, du Scheiße. Also, wenn's Fallschaden gibt, bin ich echt geliefert, ne? Ich springe schnell in die Tonne. Oh, wow. Okay, klar. Wie hast du dich frei gestackt? Oh, super. Er hat hier eine Falle hingelegt. Freut mich extrem. Noch eine Falle? Wie hat er sich... Warum... Oh, da steht er. Nein! Ich hab nämlich schon alles und du bekommst das nicht. Ich geh jetzt an die Tür und mach irgendwas. Vielleicht zieh ich's durch deine Arschbacken durch. Jawohl, geht er einfach raus jetzt? Sagt er sich, hey, mal ohne Witz jetzt, da ist der Apfel. Egal, den brauchen wir nicht. Ach, du Beilung. So. Gut rein. Ja! Geh auf! Geh auf! Warst du mich grad? Warst du mich die Tür gerade? Ja! Ach, du Scheiße. Was ist das jetzt für ein Ending? Wie bei Blair Witch Project. Oh Gott, wenn er jetzt mich gleich voll kreischt. Neighbor, ist alles in Ordnung mit dir? Neighbor? Oh, aber dieser dunkle Unterton. Extrem nice. Ich bin noch im Spiel. Hört ihr das, wenn ich springe? Ich steh da noch, aber dieser Bildschirm liegt jetzt eben drüber. Ja, naja. Es müssen noch extrem viele Wege sein und Dinge, die es zu entdecken gibt. Ich freue mich, das mit euch zu entdecken. Falls ihr noch Tipps habt für mich, irgendwie Special Kram, gebt mir Bescheid. Wir schauen es uns dann zusammen an. Vielen Dank, dass ihr wieder hier bis zum Schluss oder zumindest bis jetzt geschaut habt. Ihr wisst ja, Zuschauerbindung Pipapo. Dankeschön auch für die ganzen Daumen, die ihr mir auf dieses Video natürlich geben werdet, weil, ähm, weil ich die Krampikett hab. Da ist ja Dreck drauf. Ihr sagt mir die ganze Zeit nichts.